Oh, ich habe den Bot gar nicht eingestellt. Fällt mir klar ein. Ich könnte mir auch Glitzerstopp verteilen. So, einen wunderschönen guten Morgen Apec. Ja, ich habe noch zwei Minuten. Ich hatte versprochen, um 6 Uhr einen Sportstream zu machen, weil ich gesagt habe, ich mache eigentlich jeden Morgen Sport und ich war gestern nicht motiviert. Und dann habe ich gesagt, ich konnte ja eigentlich streamen. Und dann war die Frage, äh, why? Und ja, gestern haben zwei Leute gesagt, sie sind da und jetzt machen wir das gleich. Hast du doch geschlafen? Und guten Morgen! Woo! Direkt schon voll die Energie übrig. So. Ich glaube selber noch nicht, dass ich das mache, aber okay. Vielleicht ein Träumchen. Nee, ich habe auch richtig bescheuert geschlafen. Du bist schon auf der Arbeit. Respekt. Okay. So, hier, komm. Erstmal Glitzerstopp rausschmeißen. Ja, dann kannst du mir ja jetzt so sehen beim Morgensport. Ich muss erst in einer halben Stunde auf der Arbeit. Okay. So. Wir haben noch ein bisschen Greenscreen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was heute drankommt. Es heißt, Fettabbau für fortgeschrittene 23 Minuten. Also es ist nicht so, als ob ich Fett hätte. Aber ich habe, ähm, Stay Healthy für, für Beginner, äh, für Mittelstufler genommen. So. Okay. Uh, okay. Das ist heftig. So, dann. Switchen wir mal um. Ihr habt den coolen Hintergrund. Ich mache jetzt einfach das Morgen, Blackie. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Bist du jetzt extra wegen mir aufgestanden? Ich hoffe doch nicht. Okay. Ihr seid verrückt. Ey, ihr seid crazy. Okay. Also. Fettabbau für fortgeschrittene Training. Ähm. Also bei Hüffaktivitäten werde ich das Headset abnehmen, weil ich weiß nicht, ob das so hält. Okay. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Arbeit. Wann hast du einen Feierabend? So. Aufwärmung der Kniegelenke. So. Okay. Ich mache jetzt einfach das nach, was die nette Dame macht. Gut. Wir machen jetzt 20 Sekunden Aufwärmung der Kniegelenke. Wer kann eben geklingelt, ne? Dann. Okay. Warte mal. Dann können wir ein bisschen weiter runter. Also wirklich, wie gesagt, sich festhalten. Und runter. Und wieder hoch. Ihr seid verrückt. Okay. Ich bin genauso verrückt. Ich bin ja schon live. So. Außen und Innenrotation der Hüftgelenke. 40 Sekunden als nächstes. And here we go. Einen wunderschönen guten Morgen! Leute, nur noch heute, dann das Wochenende. Jetzt noch ein bisschen Sport und dann geht's auf die Arbeit. Ah. Wie lange hast du denn geschlafen? Bist du gestern nicht relativ schnell eingeschlafen? Oh, ich spüre es jetzt schon. Hier ist es richtig. Es ist knapp die ganze Zeit. Ich glaube, ich werde alt. Einen wunderschönen guten Morgen! So. Okay, jetzt 20 Sekunden laufen im Stehen. And wartet. 3, 2, 1. And here we go! Woo! Guten Morgen, Leute! Wie geht's dir? Ich bin schon bei der dritten Übung. Von, ich weiß gar nicht wie vielen. Von 32. Oh mein Gott. Das wird lustig. 23 Minuten Fettabbau für Anfänger. Ich habe auch extra meine Schläppchen genommen. Nicht meine Turnschuhe, meine Nachbarin. So, 20 Minuten Humpelmann. We try it, ob es Headset fällt. Falls nicht, entschuldige ich mich noch schon mal. Und here we go! So, und jetzt klatschen wir, also springen wir und klatschen dann unter den Knien. Und das machen wir für ganze 20 Sekunden. And here we go! So! So! So, 16 mal Knie berühren und dabei in die Hocke gehen. It's 6 p.m. in Germany. So, 10 Sekunden Verschnaufspause. So, Knie hochziehen. 30 Sekunden lang. Auf geht's. Macht jemand eigentlich mit? Marvora, I thank you so much! Oh, die nächste Übung ist geschafft. Yes, 6 a.m. in Germany. Habe ich das anders gesagt? Ich merke langsam, ich habe 120er Puls. Ich werde wach. Blackie, hast du wenigstens durchgeschlafen. Okay, jetzt machen wir Hampelmann mit tiefer Hocke. Das heißt, wenn wir runtergehen, tief. Und beim Hoch die Beine zusammen. Und das machen wir 20 Sekunden. Oder 20 Mal, ich weiß es gar nicht. Ich habe es synchron mit der Lantendarm gemacht. Puh, die man alles vormacht. Okay, das Ding pumpt. Okay. So. Knie heben, innen gehen, seitwärts. Also es heißt, zack, 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 zack. Knie ans Ellbogen. Zack, zack, zack. Und das machen wir 20 Sekunden oder 20 Mal. 20 Mal. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. So, nächste Übung ist fertig, Leute. Wir sind schon bei 10 von 32. Wuhu. Okay. Immer schön in Bewegung bleiben. Hampelmann kommt als nächstes. 130. Ich bin jetzt in der Cardio-Zone gleich. Shit, ich habe gar nicht auf Training gemacht. Machen wir mal. Okay, 30 Sekunden, Hampelmann. Are you ready, guys? And drei, zwei, eins. Here we go. ? Okay. 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 Okay, auch die Übung ist bereits fertig. Ist kein Problem, dass du noch liegst. Vielleicht mache ich dich ja ein bisschen wahr. Guten Morgen, Meister Yoda. Ja, Morgensport. Okay, als nächstes schnelles Hüpfen mit Fußbein in den Knien der Halbposition. Okay. Okay, I do sports every morning because after the work I don't have, I just dance. That's sports too. Das ist deine Art von Sportrauchen. Ich mache das Gegenteil. Okay, jetzt kommt Power Knee links, liebe Leute. Danke. Das heißt links. So, das eine Bein kommt hinter. So, wartet. Und dann zieht ihr das nach vorne und geht mit dem Ellenbogen drauf. Okay, und los geht's. So, und da das linke Bein jetzt dran ist, mein Wecker klingelte. Guten Morgen, Leute. Mein Wecker hat klingelt. Jetzt machen wir das natürlich noch rechts, weil wir haben ja beide Beine. And here we go. Das ist ein App Maverick. I do this after a wrap. I don't have this. Accessories. Now we are going to tiefe Hocke mit hochgehobenen Knien. Now we are going to do this. One. Two. And 60 times. Das ist ein App Maverick. Good morning. Ich glaube, das waren zu viele. Genau. Wow, 30 times. Okay, just calm down, please. Now we are going to do this. And 30 times. We are going to do this. So, 15 Sekunden per Schnauzpause. Weiter geht's gleich mit Hampelmann in tiefe Hocke. Hier macht mal lieber Mischa den Chat voll zu spam mit euren M.O.S. Okay, 20 Sekunden oder 20 Mal. Ich glaube, es waren 20 Mal. So, jetzt noch ein bisschen. So, jetzt noch ein bisschen. So, jetzt noch ein bisschen. Sit up, bringen wir gerade noch schnell mit rein und erledigt. Als nächstes kommt Knie heben mit, ah, sidewards. Wir sind übrigens bei Nummer 17 von 32, das heißt die Hälfte haben wir schon mal. Okay, and here we go. So, als nächstes kommt wieder der Hampelmann. Ich bin übrigens schön in der Karte-Zone. Nachher mal auf meine Statistik auf Fitbit gucken, wie viel Spaß ich gemacht habe, wenn ich die Kilokarine verbrannt habe. 30 Sekunden lang den Hampelmann. Do it with me. Oder geht auf den Balkon rauchen. Oder trinkt erstmal eure Milch. Rrrrpa. 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 Rrrr. O. Rrrrpa. Rrrrpa. So, als nächstes kommt schnelles Hüpfen, 19 von 32. Haha, Mavrik, you're so cool, okay. Schnelles Hüpfen auf Halbspitze, das heißt schön oben und hin. Als nächstes kommt wieder das Power Knee, wir fangen wieder an mittel-links und ich kann nicht erst schlagen, als nächstes kommt rechts, ich bin eine Herr Sehren. Danke für den Follow, guten Morgen, ich hoffe du hast gut geschlafen. Ah, auch mal wieder ein Follower-Bot, auch nichts Neues. Kommen wir gleich deaktivieren, kein Problem. Habe ich inzwischen Client durch deinen Vorgänger? Nix, Bot? Okay. Achso, ihr seid zwei, okay. Dann, I'm sorry, ich hatte letztens das Problem, dass ich einen hatte. Er hat sich sehr viele Accounts gemacht. Dann, I'm sorry, okay, tut mir leid. Okay, Power Knee rechts. Hat nur gedacht wegen den Zahlen. Das ist gleich noch andere 69, irgendwo. Ah, okay, dann möchte ich mich entschuldigen. Habt ihr gut geschlafen? Das klingt sehr ungesund. Oh Gott. Uh. So. 160. Okay, jetzt kommt wieder die tiefe Hocke mit dem Knie zum Ellbogen. Tischen und36. Oh Gott. Oh Gott. So, als nächstes kommen Knieheben. Und wir sind bei 23 von 32. Meine Vögel sind auch schon gemacht, die habe ich auch schon geweckt. Die haben mich auch dumm angeguckt, als ich heute früh reingekommen bin und ich dann gemacht habe und guten Morgen gesagt habe. Okay, so, 30 Sekunden an Knieheben und los geht's. So, 20 Sekunden lang Verschnaufspause. Und dann kommt Hampelmann mit typen Hocke wieder. Auch mal wieder. Okay. Puh, okay. Ich fang an zu schwitzen, sehr gut. Fettverbrennung incoming. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Bleck hier aber okay. So, und jetzt Knieheben. Das Knieheben im Gehen. Jetzt gehen wir wieder seitlich und heben dann wieder das Knie an den Ellbogen. 20 Mal. Echt? 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 weiter geht's mit Hampelmann die sind bei 26 von 32 wir haben es gleich geschafft Leute Endsport meine Vögelchen zwitschern schon schön 30 Sekunden lang den Hampelmann auf geht's in 3, 2, 1 und los ok jetzt kommt wieder schnelles Hüpfen only oh my god that's much more than me great go ahead with that so 20 Sekunden und achso achso mit den Namen ja Banse weg so und zu guter Letzt nochmal Power nie links und danach kommt Power nie rechts so 157 schön in der Cardiozone wir sind bei 28 von 32 danach dürfte glaube ich ein bisschen Entspannung kommen 10 Sekunden Ruhepause dann geht's gleich weiter mit dem Bein okay und bei Regez Okay, ganz Körperdehnung. Ach so Leute, wir haben es geschafft. Jetzt kommt nur noch Dehnung. Ich muss sagen, es ist warm. Ich schwitze ein wenig. So, ganz Körperdehnung. Ganz groß nach außen und dann alles frei lassen. 40 Sekunden. Langsam atmen, runterkommen ausatmen, hochkommen einatmen. 20 Sekunden. 5 Sekunden in der Woche. Beindehnen. Ihr nehmt das Bein an euren Po. Hüfte nach vorne und die Knie an Knie. Und das haltet ihr jetzt 20 Sekunden. So, wir haben jetzt zwei Beine. Jetzt kommt noch das andere Bein. Okay, mein Herz ist gerade einfach abgestürzt. I don't know why. Oh, 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 oh. Haha. Upsa. So, und auch hier gucken, dass ihr nicht zur Seite kippt. Okay, das war's. That was my Morgensport. Oh Gott. 52 Kardio. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich mach mich jetzt fertig. Denn ich gehe jetzt gleich auf die Arbeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay. Bye, bye. Have a nice evening. And Marek. Sleep good. Bye, bye. So, Lord. Und ja, bis heute Abend. Viel Spaß. Bye, bye. Ihr seid wunderbar. Bye. 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 Bye.